Aaaaaaah, Digga! Das war das Beste. Alter! Aaaaaaah! Ey guck mal, das sind wahre Freunde, Digga! Wahre Freunde, nicht so wie du, Alter! So Leute, wir machen mal wieder eine coole Reaction mit Julian Benz zusammen, Leute! TikTok Reaction, let's go! Auf geht's, Leute! In Banschens, that never caught on. Okay. Erfindungen, die niemals Anklang fanden. Ah, der Hut. Ach ne, dieses Ding. Ein Iohawk. Ein fliegendes Boot? Alter, was? Wie geil! Mach weiter, Digga, mach weiter! Okay, mach weiter. Ähm, Dena, bist du's? Okay. Ding! Ja, ne, ist halt voll nice, aber ich bin nicht so bei Autos drin, ich versteh's nicht. Mach weiter. Ah, aber guck mal, die vapet hier eine Ehrenfrau. Ich dachte, das wäre Montana Black 88 Sprühfarbe. Köstlich, Digga. Pfff. Pfff. Ah, Digga. Weiter. Okay, neue Challenge. Wait till your dog is sleeping. Then take one of his favorite treats and put it under his nose and see if he wakes up. Alter. Alter. Das werde ich die Tage mal versuchen. Hast du nie gemacht? Hä? Hast du überhaupt mal was cooles gemacht mit Akani? Klar, Digga, der kann Fahrrad fahren. Du schreist Akani die ganze Zeit nur an immer. Der spricht Französisch, Alter. Was willst du? Mach weiter. Bonjour. Oh, der geile, Digga, das ist so geil. Guck mal. Der Penny von der Reeperbahn ist jetzt das. Da, wo früher die ganzen Asis herkamen, guck mal jetzt, wie das aussieht. Wie geil, oder? Oh. Wichtiger Druppi, Druppi Penny jetzt, Alter. Geil. Okay, mach weiter, jetzt reicht's. Ey, kann ich nicht mal das Video genießen? Nein, darfst du nicht, wirklich nicht, wirklich nicht, sorry. Ah, Zaubertricks. Oh nein, die Arme. Hä? Das hätt's den Zeiten von Covid nicht gegeben. Zähne, meinst du? Ob der auf die Sonnenbank geht? Glaub nicht, oder? Bisschen nur. Vielleicht ist es auch Make-up. Kann auch sein. Digga, hä, sieht der ohne Make-up viel besser aus, oder? Aber ist auch Sonnenbank. Ist Sonnenbank, ja. Das war die einzige Frage, die wir auf den Grund gehen wollten. Weiter. Oh, der Akku ist fast leer. Schnell. Der Akku ist gleich leer. Ich stream jetzt. Komm vorbei. Komm bitte einfach zu mir, damit wir kuscheln. Weiter. Hey, mach doch mal sowas niedliches für deinen... Alter, Digga, ich mach sowas auf TikTok nicht. Für deine Dame. Nicht auf TikTok. So for real jetzt. Mach doch einfach so auf... So machst du kurz... Das hier ist das Internet. Ich lebe online. Afrika ist so schön. Ist so. Ja. True. Afrika entwickelt sich gerade so krank einfach. Wissen viele nicht. Das will ich sehen. Teppich, TikTok. Boah, Alter. Geil. Boah, so geht man den Teppich ab, ey. Alter. Immer der Teppich, der muss mit 125 Newton angezogen werden. Scheiße, ey. Eisen, komm. Let's go. Einfach Sachen. Boah, das wird doch giftig, oder? Mit der Zeit. Ja, das ist halt verbrennt doch, oder? Das ist nur Käse jetzt, oder was? Ne, ist doch eine Waffel, siehst du doch. Das war doch vorher keine Waffel, war doch ein Stück Butter oder so. Ich würde es nicht essen. Das ist doch Käse einfach nur. Ich würde es nicht essen. Ich würde es essen. Ich würde es nicht essen. Ich würde es nicht essen. Ganz schwieriges Thema. Ich würde es nicht essen. Ah, das habe ich auch schon mal gesehen in dem Clip. Der Mann ist allergisch darauf, wenn es stirbt, fällt jetzt um. How bizarre. Pass mal auf, Daniel. Darf ich das machen, wie ich das will? Haben wir hier einen Zeitplan? Muss ich das in zwei Minuten machen? Nee. Dann lass mich doch mal mit der Situation erstmal aklimatisieren, du blöder Affe. Achso, achso. Was ist das Sound? Das ist von diesem Bauarbeiter, der den Stein umboxen will. Aber, ähm... Das ist richtig. An der Stelle, liebe Minecraft-Freunde und GOMMA-HD-Premium-Besitzer. Solltet ihr irgendwann mal, und das ist relativ ausgeschlossen für euch. Solltet ihr trotzdem irgendwann mal in die Situation kommen, dass ein Mädchen euch küsst. Bitte wartet einfach, bis ihr euch anfasst. Oder fangt einfach Panjan zu heulen. Dankeschön. Nächstes TikTok. Krass. Oha, lass mal bauen und gegenseitig abwerfen. Lass das einfach... Digga, lass an Silvester dürfen... Wollen wir eh nicht böllern. Dürfen wir auch nicht und machen wir auch nicht. Lass uns einfach mit Nägeln beschießen. Ey, was machst du Silvester eigentlich? Bist du zu Hause? Ich werde mich in meine Badewanne sitzen und mich mit meiner Badewanne vorlaufen lassen. Ach echt jetzt? Cool. Weinst du schon wieder? Ja, ja. Angenehm. Ich hab gehört, du hast dich dann mit deinem Freund schlussgemacht. Was ist los? Das ist halt so ein Grunde. Was bist du für ein Fabrik? Ich gehe mal wirklich nicht mehr mit dir jeden Tag mit deinem neuen Mädchen und was ist los? Warte mal kurz. Du behindert dich. Ich musste mich für dich entscheiden oder für sie. Aber ich hab mich für dich entschieden. Ah, Digga! Oh, Alter! Ey, guck mal. Das sind wahre Freunde, Digga. Das sind wahre Freunde. Oh, Bro! Das sind wahre Freunde. Nicht so wie du, Alter. Oh, Scheiße. Ich würd sowas auch machen für dich, Alter. Kennst du, wenn ich cringe, so Gänsehaut, ganze Körper... Warte mal. Ey, ey, Thomas. Lass dieses TikTok... Äh... Äh... Ey, klatsch dich! Du klatsch ihn! Ey, klatsch mich! Wunderheit! Wenn du mal was gemacht hast, musst du nicht das machen. Ey, schau dich! Ey, schau dich mal! Was, Alter? Schau mit euch! Ey, ey, er klatsch dich! Du klatsch ihn! Ey, klatsch mich! Was hab ich denn damit zu tun? Oh, Gott, ey. Dein Silvester hoffentlich. Ja, so wird's aussehen. So eine Wiederbelebungspuppe, ne? Mhm. So läuft das! So, nicht anders, Leute! So macht man das, Leute! Geil! Meine Güte! Jetzt bin ich wach! Weiter geht's! Ich weiß nicht! Ach, Digga, also... Also... Das ist ne Garten-Ding einfach! Das ist cool! Das war cool! Ich versteh das nicht, Alter! Hä? What?! Digga, der Typ zaubert! Der Typ ist magnetisch einfach! Der will das fliegen lassen, will der... Magneto of Wish einfach, Digga! Der von X-Men! Der Arme! Oh, I lost again! Dammit! Das ist lustig! Es ist aber nicht so ein... Ich lache lautlos lustig, aber es ist so nett lustig! Ne, es ist einfach so ein... Alkoholproblem, ich weiß! Normal day in Russia! Oh, die Minecraft-Mucke! Geil! Geil! They had a whole new energy, Bro! Ja, man! Digga, das war sein Auto! Der ist ausgestiegen, hat sein eigenes Auto wieder repariert und fährt einfach weiter! Digga, was für ein Ehrenmann! Alles wieder top! Guck! Auto funktioniert! Er hat es gemeincrafted! Digga, er nutzt einfach Amboss, Yalla! Rein in die Masse! Einfach enchantend mit das Auto! Och man, ey! Stark! Sehr stark! Wenn mich ein 10-Jähriger im Internet beleidigt... Manchmal gibt es eben Dinge, die kann man am Telefon nicht regeln! Wie zum Beispiel bei Familie Sturm hier! Da reden wir auch nicht lange mit einem halben Brei herum, sondern kommen persönlich vorbei! Digga, immer wieder! Immer wieder! Och Digga! Och Junge, ganz schlimm! Hä? Ich stehe auf Frauen! Ich stehe auf Frauen! Ich stehe auf Frauen! Aber ich kann dir meine Meinung darüber sagen, was ich an Männern gut finden würde, wenn ich auf Männer stehen würde! Okay! Was ist das Wichtigste? Ehrlich gesagt auf den Arsch! Ich finde, wenn jemand einen geilen Arsch hat, ist der Rest eigentlich egal! Entschuldigung! Du findest du meinen Arsch! Das ist grad schlechtes Licht! Ein Interview! Sei professionell! Du hast einen schönen Arsch! Warst du schonmal auf dem Cosplay-Event? Ne! Und ich hab's mir jetzt auch nochmal anders überlegt! Ist genau so! Ich hab's mir auch nochmal anders überlegt! Bitte! Kann ich einen loyalen Freund haben? Gibt's nicht! Alter! Das ist die Spachtel-Technik von Ehrenbruder Metin! Bei Montana Black! Im Haus! Ehrenbruder Seifir! Spachtel-Technik! Achso! Echt jetzt? For real? Überhaupt nicht! So sieht's aus! Und das ist ein wunderschöner Abschluss, meine Freunde! Wenn euch dieses wunderschöne Video gefallen hat! im Haus, vielleicht nicht! Echt? Los! Ich bin Jacob, aber nicht! Aber ich war so, wenn einige Freunde haben dabei! Ich hatte mich überrascht, eigentlich ist unsere sechs. Jag lag gerne noch auf dem Berner halte! Ich habe mich überrascht! Ich bin kein Schür abilities und schönes Geschenken! Ich bin kein Hobby vom Glauben! Ich bin kein Schürf.